Herzlich Willkommen hier bei uns in Köln zu der NHL Global Series und Champions Spiel Wirken Heil gegen die Edmonton Euler. Sie sind ein sehr stolz Teil dieses Events zu sein. Schön, dass Sie live mit dabei sind. Und willkommen hier in Köln. Hier sind die Fans in der NHL Global Series Challenge. Wir sind sehr stolz, dass Sie hier in HLV, besonders hier in Köln. Wir hoffen, dass Sie Ihre Zeit haben. Und Sie sind sehr warm und willkommen also. Hier sind ungefähr 400 Euler Fans, die hier in HLV zu unterstützen. Und hier ist die Ausstellung der Edmonton Euler. Im Tor mit der Nummer 19, Nico Kotzkiller. Goalies Nummer 33, Cam Terbert. In der Verteidigung, Defenders. Mit der 13, Nummer 13, Jason Garrison. Mit der 25, Nummer 25, Donald Nerds. Mit der 74, Nummer 74, Ian Baird. Mit der 75, Nummer 75, Evan Bouchard. Mit der 77, Nummer 77, Oster Clifford. Mit der 83, Nummer 83, Matt Benning. Im Angriff, Ford. Im Angriff, Ford. Mit der 8, Nummer 8, Ty Rettig. Mit der 18, Nummer 18, Ryan Strow. Die 22, mit der Nummer 22, Torbjörn. Der Deutsche. Mit der 27, mit der 27, Meilen Lutschisch. Die 28, Nummer 28, Kyle Broczek. Und mit der Nummer 29, Die 24, Nummer 24, Zach Cady. Mit der 56, Nummer 46, Kayla Yamamoto. Mit der 91, Nummer 91, Drake Kachula. Die 93, Nummer 93, Ryan Eugene Hawkins. Mit der Nummer 70, Nummer 97. Mit der Nummer 97, Jonah Bekele. Mit der Nummer 3, Mike Art. Jesse Bulyajan. Und dritter der Wandel, bei dem Enten eurer Chef-Trainer, Tom McLean. Und jetzt ist es Zeit, die Heide loszulassen. 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 brauchen wir euch und eure Schalz im Rhythmus der Schalz.